Hallo, lassen Sie uns Ihnen helfen, die heißesten Nachrichten des Tages zu finden. Ein gemeinsames Weihnachtsfest mit der ganzen Familie wäre für Herzogin Megan derzeit undenkbar. Schade, denn damals hatte sie eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass die Stimmung zwischen Herzogin Megan und ihrem Vater Thomas Markall sehr angespannt ist. Obwohl seine Tochter ihn darum bat, nicht mehr mit den Medien zu sprechen, machte der rüstige Rentner immer wieder den gleichen Fehler und plauderte private Details öffentlich aus. Auch bei den Reudels steht Weihnachten vor der Tür. Und genau jetzt wird eine unglaubliche und überaus rührende Geschichte über ein Weihnachtsgeschenk für Megan Markall von ihrem Vater Thomas bekannt. Denn wie Megan Markall in ihrem mittlerweile offline genommenen Blog schrieb, machte ihr Vater Thomas einmal ein Geschenk, für das er gegen einige Regeln verstieß. Darüber berichtete die Mirra Megan Markall, pikanter Blog-Eintrag. Zwischen Megan Markall und ihrem Vater Thomas knallte es bereits häufiger. So beschwerte sich Thomas lautstark. Er habe auch Monate nach der Geburt seines Enkels keine Bilder von ihm erhalten. Auch zur Hochzeit von Megan und Harry reiste der 75-Jährige nicht an. Grund waren gestellte Paparazzi-Fotos und ein Herzinfarkt. Doch das Verhältnis der beiden war nicht immer so angespannt. Zumindest wenn man dem pikanten Blog-Eintrag von Megan Markall Glauben schenken darf. Darin berichtet sie nämlich von einem herzerwärmenden Geschenk. Was ihr Vater Thomas ihr einst machte. Als Megan sieben Jahre alt war. Erhielt sie ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten. Damals wünschte sich Megan nichts sehnlicher als ein Set von Barbie Putten. Herzogin schwärmte für Barbie Puppen doch es gab einen Haken. Als ich ungefähr sieben Jahre alt war. Hatte ich für ein Set von Barbie Puppen geschwärmt. Erinnerte sie sich. Es waren nicht irgendwelche Puppen. Sie wurden als Set unter dem Titel The Heart Family verkauft. Bestehen aus einer Mutter, einem Vater und zwei kleinen Kindern. Das Problem, die Sitz gab es entweder nur mit weißer Hautfarbe oder nur mit schwarzer Hautfarbe. Meghan sei damals am Boden zerstört gewesen. Auch wegen eines Vorfalls in ihrer Schule. Vater nimmt Barbie Sets auseinander. Sie sollte bei einer Klassenarbeit angeben. Ob sie weiß, schwarz, haar, hispanisch oder asiatisch sei. Mit weißem Vater und schwarzer Mutter stand Megan zwischen den Stühlen. Sie ließ das Antwortfeld leer, als Vater Thomas davon hörte. Und wenig später die Barbies im Spielzeugmarkt entdeckte. Die sich seine Tochter so sehr wünschte, hatte er eine Idee. Er packte die Barbiesets noch im Spielzeuggeschäft aus und stellte sie neu zusammen. Vorbild, die eigene Familie mit einer schwarzen Mama, einem weißen Papa und jeweils einem schwarzen und einem weißen Kind. Gemeinsames Weihnachtsfest Ich stelle ihn mir vor, wie er dort im Geschäft steht, Mütter, die ihn anstarren. Weil er das Spielzeug auseinandergenommen hat. Vielleicht ein Angestellter, der sagt. Entschuldigen Sie mich, Sir, Sie können das nicht tun. Während mein Vater die verpackten Sets sorgfältig getrennt hat, um eines herzustellen, das meiner Realität entspricht, zitiert die Mer auf den ehemaligen Blog von Megan Markall. Seitdem ist jedoch einige Zeit vergangen. Ein gemeinsames Weihnachtsfest von Megan. Harry und Thomas gilt als sehr unwahrscheinlich. So wollen beide das erste Weihnachten seit der Geburt von B.B.A.C. in Kalifornien in Kalifornien